Tja, so ist das alles negativ. Tja, bei mir auch. Joyboy, Tomate, Gemüsemix, negativ und ja, hast du aber auch negativ. Wie gesagt, Papa hat dich auch schon mal getestet, war auch negativ. Ja, tja, kann man mal sehen. Ist ja kacke. Eigentlich kannst du ja nicht falsch machen. Ja. Tja. Ja, es ist ja schon mal nicht cool, damit man hier dann ein Tag frei hat, aber zwei oder drei. Ja, schade. Tja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Guck an. Tja, so ist das. Gut. Den Detail hat zwar nur zwei Minuten, aber ich denke mal, da wird nicht schnell passieren. 50. Ja, gut. Also abschließend zu sagen, alle sechs getesteten Produkte sind negativ. und ich werde mich das nächste Mal, oder wir werden das nächste Mal an den Ball probieren. Mal gucken, mal schauen, was da so abgeht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und zum Beigebste noch mal zum Nationalzug. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.